Das ist ja eine Zeit lang. Deswegen, guck mal, jetzt ist der Funke aus und ich habe minus 4.0. Und jetzt habe ich nur noch runtergelegt. Siehst du das Heck? Dann fach ich alles. Der Motor sieht auch echt katastrophal an. Hast du da einen Drehzeit drauf? Das ist zu viel auf jeden Fall. Also du hast auch die übelsten Blibs da drauf auf der ganzen Karre. Ah, woher? Guck dir doch mal deinen Gebrüssel an, Alter, wie der vibriert. Die was? Die ganze Karre vibriert in sich. Ja. 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 Boah, liegt das? Das ist wirklich toll! 2 Minuten! Nun, ich denke, dass ich das nicht gewinne. Das ist immer cool! Kannst du alles fliegen! Dann kannst du doch ein Big Bench! Ich bin in die Kloppenfeld gerotten und habe mir die Kone gemacht. Alter! Jetzt war aber was ganz faul! Ich musste eben übelst rollen! Das ist vor der Wind hier gewesen! Der ist mir ja fast in die Schnauze geflogen! Willst du es mal probieren? Na ja! Guck mal hier! Guck mal hier! Siehst du wie ein Big 8? Guck mal! Dann schieb ich du da rein! Das ist doch gar nichts anderes für mich! Ja? Die Harre läuft so hoch! Ich bin mir selber auch nicht wohl! Ich bin da vielleicht so groß rein, dass ich mich nicht wohl fühle! Ja! Und ich bin hier Taktiker! Und ich bin hier Taktiker!